Pet Recycling Ich? Immer? Ausser hier am Bahnhof Da gibt's jetzt einfach gar keine Petbox Und ich kann die Flasche jetzt auch nicht mitnehmen und warten bis sie alleine kommt Das ist schwer, also schmeissen sie einfach in den Kopf Leere Petflaschen sind kein Abfall Mitnehmen ist so einfach und die nächste Petbox ist nicht weit. Pet Recycling geht immer